Das stimmt, klar, wo ihr da weg wart, klar. Wo ihr mich alleine gelassen habt. Sehr schön, ich brauche noch mehr Oma 1. Wir sind gleich beim Boot. Das erleuchtete Burger Tank Schild würde Virgil sicher sehen. Der einzige, der keins kriegt, ist Marno. Ich habe eins auf nur... Ne, ich habe gar keins. Ich habe nur den Defri-Pri-Labor. Defri. Defri. Defi. Okay. So, los, weiter jetzt. Aber wir sind jetzt gleich da. What the fuck? Schalten Sie das Burger-Schild ein, um das wirklich signal zu geben. Ob der die Schüsse nicht hört. Ich sage, ob der die Schüsse nicht hört, oder? Was für Schüsse? Ja, unsere Schüsse. Für unsere Schüsse. Ja, ob der die Schüsse nicht hören würde, der Bootfahrer. Ach so. Weil ja, was noch was komisch ist, wäre er doch kein Diesel, der kann aber nicht mehr wegfahren. Ja, wahrscheinlich noch so minimal. Ach so, nur so ein paar Tröpfchen noch. Man fährt davon so, du fährst auch nicht, Auto bist du kein Tröpfchen drin und dann läuft es zur Tankstelle, oder? Das stimmt. So, müssen wir den anmachen. Haben wir schon. Ah, um nicht eine Rohrwunde. Hier gibt es noch drei Mediklisten. Ja, wir sind noch kurz auf dem Dach. Nein, ich wollte. Jetzt kommen wir runter. Ah, du Knabbertyp hier. Was? Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir auf dem Dach geblieben von dem Haus, oder? Ja, ich komme hier auch von allen Seiten, hier können die nur von vorne kommen. Ja, stimmt, das ist auch so. Äh, da kommt ein Tank. Richtig gar nicht. Da kommt ein Tank. Ja, vorsichtig, der kann einen ins Wasser schützen. Ja, dann gehe ich ja weg. Hatten wir letzten schon mal. Ach, du Scheiße. Du musst doch mal jetzt langsam drauf gehen. Ja, geht doch. Sehr schön. Hast du einen Medinian, ne? Mach ich voll. Kommt da noch einer? Ich weiß nicht, dass wir mal in das Haus reingekommen werden, wenn wir den wirklich noch mal aktivieren müssen. Eigentlich ist das hier auch noch. Incoming. Ja. Boomer. Ja. Ein bisschen Muni, genau. Ja, war das zu dir. Da dauert es mir damit ein bisschen. Ah! Üppe! So. Lade nach! Ich kann gegen mir. Ich schaff, Baby, den Schatz. Ja, ich... Ich tu, was man kann. Ja. Elektroden hier. Oh, er kommt gar nicht mehr. Dann braucht man auch nichts. Genau. Also, Diesel ist leer. Ey, wir wissen jetzt aber auch nicht... Keine Ahnung. Oh, das dauert halt so lange. Das ist nicht ausreichend. Das macht vielleicht ja gerne. Hm. Gleich wie ein Geister-Schiff aus der Wand hier. Ich glaube, da kommt's nicht. Oh! 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 Ich glaube, von links jetzt hier. Links? Also, ich knackt vorbei, oder? Hä? Nee, der bief da irgendwas gegen den Baum. Alter! So, der hat gut gefressen. Incoming. Incoming. Nein! Danke. Ich hab ne Pipe rum. Ja, warte, es gibt wie viele hier sind. Ja, warte, jetzt kann ich sowieso nicht werfen, Gott. Okay, mach mich hin, ich hab ihn noch genau vor mir. Ja, das tut mir leid, sonst war's ihm mal ja eigentlich. Ohohoho, der nur bei der ersten Folge. Ja, du warst. Ja, du warst. Ich bin so langsam. Mann, wer hört die Robbe? Nicht zu mir. Alter, wenn wir wegschließen, hat mir gar nichts. Komm drauf, doch aufs Schiff. Na mein Tank. Das kann doch nicht sein, dass ein Tank jetzt hier aufs Schiff... Wollte ich schon sagen. Wir haben Tank am Wort. Nimm halt mit. Oh man, die Überlebenden konnten mal wieder fliehen. Sehr schön. Diesmal ist auch gar nicht kapiert, oder? Wie bitte? Diesmal ist keine kapiert, oder? Ne. Diesmal mussten wir auch keine neue Anfangen, keine Mission. Richtig geil. Ach, sorry. Ich habe gerade wichtige Dinge erledigt. Okay, dann will ich sagen, ich beende die Aufnahme. Genau. Und ich denke mal, ihr auch, oder? Genau, ja, natürlich. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was für uns jetzt gleich ist. Genau. Wir ja, aber ihr natürlich. Seht uns dann morgen. Tschüss. Tschüss. Also, ich fahre nicht weiter. Ihr schafft das schon von hier zur Brücke. Danke, Virgil. Und pass gut auf dich auf, hörst du? Passt auf euch auf! Wir sind bald in Sicherheit. Die Blödsinn ist ein. So, hallo und herzlich willkommen. Hier wieder zurück bei Left 4 Dead 2 mit dem Jan, mit der Gummiburst, mit Ingo, wie war und mit mir weg, meine Damen und Herren. Hallo. Doch, ich wollte dich gar nicht unterbrücken, äh, unterbrechen, aber meinte der Typ, das ist ernst. Da vorne ist die Brücke, da vorne, Meter weiter. Und dann müssen wir uns hier raus schauen, uns einfach da vorne raus zu ersetzen. Ja, stimmt. Da hinten ist die Brücke. Ach, kein Diesel mehr. Ey, das sieht so aus wie bei, äh, äh, Dead Island ein bisschen. Den Tipp geben die uns jetzt mit, äh, ich höre genau, ich höre beim Ziel. Da kam den nur bei mir. Ne, bei mir nicht. Bei mir kamen nichts mehr. Bei mir kamen bei einem Tisch, äh, die sind dann viel zu genauer. Nein. Den Zombies können Kugeln nichts anhaben. Alter, der ist ein Cruisertyp, ey, der kann ja richtig viel ab. Ja, du könnt ihn nur von hinten töten, was wirst du hier? Ne, jetzt wirst du es. Gut, ganz schön für den Hinweis. Und hinten hat er eine Rüstung. Aber jetzt kann ich ja auch nicht mehr zu Rochelle sagen, die ist voll doof oder so. Wo müssen wir denn noch lange? Wenn sie was doofes macht. Das ist ein richtiger Grund. Aber, lange, äh, Gummiburst, du musst aber richtig, 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 richtig gut spielen, weil, äh, Rochelle, die hat bei uns am meisten Kills immer gehabt. Ja. Instant, egal was passiert ist, Instant. Okay, also, der Druck ist hoch. Ja. Ja, die Erwartungen sind auch hoch. Und ich wurde halt auch pro Level zweimal von ihr geheilt. Also. Ach, du bist doch, ich wollte mich noch mal richtig kippen. Oh, ein MP-Nave, ich liebe die Sachen. Und da kommt wieder ein Security-Fick. Ich wollte jetzt kein böses Wort nehmen. BEEP! Äh, der guckt jetzt kein böses Wort nicht. BEEP! Ich hab' da ein, der, irgendwas anderes sagen. Lass den Scheiß! Wuuuuh! Was denn Scheiß? So locker kommt man auch auf uns. Do not enter, ja, wir sollen hier nicht rein. Ja, okay, dann gehen wir mal rein. Soll ich die Musik am machen, dann kommen wir ganz viele. Ja. Einzhaft? Jo, es geht ja wirklich. Idiot! Mal gucken, was jetzt für ein Lied kommt, ey. Die Musik war dran gemacht. I believe I can fly. Ey, Scheiße, Mann, nicht auf mich! Ja, aber nichts. Die Musik war eigentlich anders. Also mit der Musik haben wir schon mal Probleme, ne? Ja, stimmt, auch bei dem, ähm, äh, Dings hier, Hells, noch was da. Riders. Ja. Wieher? Ja, ne? Ja. Ja, wenn er da hergeht. Jo. Bumi, Bumi, komm! Ja, ja, warte. Kein Stress, kein Stress, kein Stress! Das ist ganz komisch. Bordunterricht, wer kam als letztes aus der Kabine? Die Frau. Achso, und, äh, wenn, wenn wir irgendwie Pipi machen mussten, ne? Dann sag mal Bescheid, dann fahren wir mal kurz rechts ran. Oh, ah! Ich glaube noch. Das ist ein schönes Incoming. Dankeschön! Bitte! Ich kann wohl schämlich irgendwann mal. Ich glaube, ich wohl weniger, aber, ha. Das eine Auto hier blinkt, ne? Also da, wenn ihr gleich rauskommt, da nicht. Gut. Welches blinkt? Ich muss draufschießen. Das. Ach, hier ist ja der Room. John? Ja. Kann man da hinten herlaufen? Ja. Nee. Komm rein, rein, rein. Rein, 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 rein! Das war aber auch bei Rochelle. Auch immer so. Die hat immer gebraucht, ungebraucht. Aber das sind Frauen. Ah, Gumi, wo ist mir ein Teufel, Junge? Ja. Ja, lass mich jetzt noch einkommen. Ja, stimmt. Ja, was? Haben wir Rochelle gefragt, ob sie reinkommen will? Nein. Die war einfach dabei. War einfach dabei. Gumi, wo ist mit dem Computer vergleicht, auch was. Verglichen, meinst du? Ja. Aber ich kann heute nicht reden, das ist komisch. Bestifikationsmittel, hier, kannst du gebrauchen. Kein nicht, ne? Ingo? Ja, warte. So. Nimm das. Gibt's denn hier schon viel? Ey, es gibt eine Pfanne als Waffe hier. Sehr mal fett. Ich guck uns was. Wird auf den Krieg. Aber warte mal, was ist das denn hier? Ein Molotow. Nehme ich mir... Ein Molotow. Geh mal die Treppen hoch. Beste. Ne, ist nicht, kann man nicht. War ja auch schon grad. Hallo. Hallo. Oh. Da steht hier wieder an der Wand. Where are the... Was? Boah, das ist krickelig geschrieben, ey. Some people are carries. Dann stirbst du nicht. Ich hab's dir mal noch mal rein. Ich bin dir da noch nicht gekriegt. Kommt, wir gehen durch den Park. Ich probier. Ob es das wirklich gibt? Was? Hier diesen Park. Wie der heißt. Jan Will. Jan Will. Glaube ich nicht. Okay. Findet ihr kaufst. Du gehörst. Ja. Alter Vater, ey. Ey. Kann man nicht einmal einen Sonntag irgendwie ruhig durch den Park laufen? Nein, nein. Nein, nein, nein. Weiter. Es wäre so ein Problem. Ingo, 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 wo bist du? Komm her. Warte, 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 warte. So, jetzt. Was denn? Achso. Guck. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Ich wäre zweimal im Level, dann werde ich verarzt von ihr. Okay, jetzt geht's gut. Das ist glaube ich eher ein Charger oder ähnliches. Da kommt ein Pferd. Ja. Was träumst du von? Da kommt der, äh, da ist ja schon Rick auf seinem Pferd. Warte mal, auf welchem Klo war ich hier? Auf dem Männerklo. Und was ist da, hab ich gefunden? Eine Frau. Ja. Geht ja schon mal gar nicht. Hier ist auf jeden Fall Adrenalin. Aber hab ich mir jetzt genommen. Wieso kommt nach jedem Charger immer eine Menge? Ja. Kombis. Verstinken die? Oh. Ich hab' aber nicht aufgepasst. Weg damit! Ich brauch' ein bisschen Hilfe. Wo bist du? Werder. Ah. Oh ja. Jo, danke. Ich muss mich mal kurz. Moment, Moment. Ich muss mich mal kurz anziehen. Du hast mir die Pick, gerne. Ich mach' die Leute. Ich glaube, ich will nicht in dieser Stadt verrecken. Nee, der nicht. Äh. Wollen wir alles. Aber. Aber ich sag' ja. Der, 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 das ganze Zombie-Zeugs. Das ist alles vor, wenn überhaupt, vier, fünf Tagen erst gewesen hier. Weil, wenn da noch mal was brennt. Hallo? Wollen wir das Feuer auch mal aus? Höre, was? Rohrbomben! Hier gibt's Medikits. Jo, ich hab' ne Rohrbombe. Jo, da gibt's Medikits. Hey, hey, hey. Hör auf. Hang. Alter, wie kann so ein Fettsack so weit rennen? Alter. Alter! Alter! Verdammt nochmal woanders hin. Oh! Verdammt nochmal woanders hin. Oh! 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 Steh! Hahaha Die Füllen Oh, na das gibt's nicht schon zum zweiten Mal in der Aufnahme, ey Danke Danke Alter, guck ich mal das Auto an LV da oben Jo, ah ja, passiert mal Ah, komm ihr Lutscher, ey Das sieht auch nicht mehr so gut aus Ne Seiko Dass sie nicht mal ihre Klamotten wechseln können Nein Du hast nen Kakku, Seiko Ich bin rein Was ist denn für nen Kakku, Seiko? Alter, warum häng ich denn hier feste? Wenn's nicht feste, das sind Zombies So Das ist gar kein Seiko Oh Gott, sind wir zu Das ist